Aus kleinen Neckereien sind mit der Zeit immer mehr Beleidigungen geworden. Solange es nur bei den Worten geblieben ist, sind wir uns ebenbürtig gewesen. Erst als er mich zuerst mal geschlagen hat, ist mir unseren Umgang miteinander schlagartig bewusst geworden. Und auch meine körperliche Unterlegenheit. In Panik bin ich auf die Strasse gerannt und wusste nicht, wohin. Melden Sie sich frühzeitig. 031 321 6302 Wir sind für Sie da. Wir sind für Sie da.